In der Schlacht sah es immer schlechter für uns aus. Unsere Panzer töteten die Bestien scharenweise, aber sie strömten immer noch aus dem Turm. Die Truppen der Kreaturen hielten uns in Schach, während sich ihre Goliaths der Southwark Bridge näherten. Da die Tower Bridge zerstört war, gab es keine Rückzugsmöglichkeit. Die Einheit, die die Southwark Bridge zerstören sollte, antwortete nicht. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Raketen in der Luft hören würden. Oh, oh Gott. Okay, es ist 5. Okay, es ist 5. Wreck mich. Nein! Oh. Missed Fischer. Aurena Aurena So, wo lang gehen wir jetzt? Machen wir jetzt schon mal die Luftschamme Aurena Aurena So, links oder rechts? Aurena 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich zeige euch nämlich gleich, wieso. Ich das hier hasse wie die Pest. Ein zweites Mal, wo ich da versucht habe durchzukommen, habe ich auf Versehen eine Granate geworfen. Und die Fischer gehen mir richtig auf den Sack hier. Gehen mir aber sowas von auf den Sack. Okay. 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 granate auf sie geworfen und schicht in schacht zur hauptgruppe zurück die frage stellen wir gerade auch wie soll ich das überleben so Ich komme gerne noch hoch. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott, ich habe das Spiel. 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 Das war's. Meine Fresse, ey. Hab ich schon erwähnt, wie ich dir das Spiel hatte? Oh, na, klasse, okay. 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 ich vertraue dem fücher nicht den hätten wir brauchen können ich weiß ich wollte ihn eigentlich nur dann los wir müssen den goliad erwischen wir sollen vorher töten wir wollen die wochen verarschen und jetzt zurück Okay. F.B. Nein, ich werde wieder die Hüte mit Fischer Nein, ich werde wieder die Hüte mit Fischer So, Pullen. Wieso kann man hier in diesem Scheißspiel nicht brennen? War ein bisschen weniger, ach du bist es. Ich bräuchte mal eine Pulle, ach du Scheiße. Okay, meine. Halt sie an ihm ab. Halt sie an ihm ab. Halt sie denn überhaupt, verdammt? Halt sie an ihm ab. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh nö, nö. Misty.